Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Natürlich nicht. Die Firma ist weitergegangen im zweiten Lehrjahr. Kann dir bei uns nicht passieren. Krisenfest, mit auf dich schon. Das ist jetzt deine Familie, Tommy. Ich will euch mal was sagen, Jungs. Letzte Woche sind wir mit 124 Scheinen im Keller gelandet. Wenn das auch weitergeht, können wir den Laden dicht machen. Diese Woche kommen wir auf 150 Scheine. Und wenn ihr bis Mitternacht rummarschiert... Wann einer geht, bestimme ich. Wunderbar.